Wir haben es ja, denke ich, jetzt mal sicher gewonnen. Weiß gar nicht, sind alle noch in die letzte Runde überhaupt gekommen? Das ist hier die Frage. Es kann sein, dass wir zwei nur in dieser letzten Runde sind. In der fünften. Kann sein, dass die anderen das ja nicht sind. Nein, theoretisch. Aber doch, sie sind's, glaube ich.